5.30 Uhr. Arbeitsbeginn für Silvia von Kretschmann, Feierabend für den Nachtportier. Jeden Morgen an sechs Tagen die Woche beginnt die Seniorchefin den Tag mit ihrem Rundgang. Heute haben sich VIP-Gäste angekündigt und auf der zweiten Etage muss ein Zimmer komplett saniert werden. Möglichst ohne die VIP-Gäste zu vergraulen, die sie heute im Europäischen Hof in Heidelberg erwartet. Das ist immer das Erste, was ich morgens mache. Die wichtigste Liste des Tages. Das ist für uns alle das Wichtigste. Das sind die Ankünfte heute. Das heißt zum Beispiel, dass wir ungefähr 20 VIP haben. Die sind ganz wichtig für mich, weil ich die kontrolliere und weil ich die nachschaue. Dann ist das die Zimmerliste und da schaue ich, wer eine Suite hat oder wer ein Apartment möchte oder wer ganz viel bezahlt. Die teilen wir ein, weil jedes Zimmer bei uns im Haus ist unterschiedlich. Fast jedes. Das bedeutet, dass wir schöne, nicht so schöne, noch schönere haben. Der Europäische Hof ist eines der wenigen familiengeführten Fünf-Sterne-Stadthotels in Deutschland. Rosja, hast du gesehen, dass wir heute, es kommt ein Allergiker. Aber ich habe noch gar nicht Zimmer nochmal. Das muss der Elke nachher machen. Um 8 Uhr, wenn die andere sind. Ja, war sauer. Seniorchefin Silvia begrüßt jede Mitarbeiterin persönlich. Guten Morgen, die Damen. Alles okay? Ja. Ja? Alles gut? Hotel und Mitarbeiter frühmorgens in Gang zu bringen, gehört zu Silvia von Kretschmanns liebsten Aufgaben. Für sie eine gute Gelegenheit, ganz genau hinzuschauen. Noch nichts drin. Alles gut. Sehr schön. Das wird von Ihren Mitarbeitern aber auch nicht als Kontrolle wahrgenommen, oder? Ach, das wird schon ein bisschen als Kontrolle wahrgenommen. Ich glaube schon. Ich würde sagen, ein bisschen schon. Es ist eigentlich keine Kontrolle, weil ich ja denen allen vertraue, aber die sollen schon wissen, dass einer von uns da ist. Ich finde, das ist ganz wichtig, sonst... Ja, aber... Oder Frau Schramm, wird es von Ihnen als Kontrolle angenommen, wenn ich morgens da... Nee, eher als Unterstützung. Ja, als Unterstützung tatsächlich. Auf die Idee bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen. Das muss jetzt als Kontrolle sein. Nee. Nicht nur das Frühstücksbuffet muss Eindruck machen. Auch auf den Etagen und Zimmern muss alles glänzen und reibungslos funktionieren. Dafür beschäftigt der Europäische Hof sechs festangestellte Handwerker. Thomas Müller ist eigentlich Schreiner. Im Luxushotel Allrounder. Heute hilft er seinem Elektriker-Kollegen Jörg aus. Zimmer 225 wird kernsaniert und muss bis Ende der Woche fertig sein. Aber das ist heute nicht seine einzige Aufgabe. Ich habe jetzt eine App, das haben wir neu. Ich mache mir immer gut, was wir verauftragen, was wir bekommen. Heute Morgen habe ich schon ein paar Tage repariert und die kriegen wir dann, die Vibräter und der Klingelgang. Und dann müssen wir halt die Reparatur halt erledigen. Oder wir werden angerufen von der Hausdame. Und das Wichtige hier drinnen ist, dann müssen wir halt hier aufhören und müssen halt weg. Also man kann manchmal gar nicht in kompletter Arbeit komplett machen, weil meistens manchmal unterbrochen wird. Und dann, ja. Aber ich bin jetzt schon 13 Jahre hier. Da spielt man sich das ein. Das ist alles kein Problem. Ich habe schon viel Mieterlebt, viel Brummis schon gesehen und das macht schon Spaß. Ich sage, wenn man das draußen sagt und sowas. Ah, gute Arbeit ist noch. Jetzt kommt meine Chefin. Jetzt wird geklopft, egal was passiert. Wir sind voll dabei. Aber jetzt ist es gut. Aber ihr seid ja hier schon ganz schön leid. Ja. Ganz gut. Sehr schön. Manchmal hat sie noch eine Idee, was man vielleicht noch ändern kann. Oder wir haben mal noch eine Frage. Können wir das so machen? Können wir das so machen? Also ich sage mal lieber, ein Chef soll gucken, was die Leute arbeiten. Ich finde es in Ordnung. Im Innenhof laufen die Vorbereitungen fürs Abendessen. Im Serviceteam von Max Faeser arbeiten fünf Festangestellte und seit August eine Auszubildende. Ganz kurz für euch beide. Wir machen heute Barbecue. Barbecue findet statt. Das Wetter ist gut. Das Buffet steht soweit. Hinten liegen die Bilder, die sind neu gedruckt worden von der Küche. Geht nochmal bitte drüber und guckt, ob das alles so passt, dass die später nicht in den Saarich kommen. Tisch 44 Bestellgrad und Tisch 47 trinken und was. Ansonsten ist eigentlich die Terrasse safe. Zwischenrein ein bisschen eindecken. Das Barbecue findet heute zum letzten Mal in der Saison statt. Ein besonderes Event, das Hotelgäste, aber auch Heidelberger anlocken soll. Max Faeser hat hohe Ansprüche an sich und sein Team. Heute Abend kommt es einfach darauf an, dass die Gäste zufrieden sind. Das ist unser höchster Anspruch, dass die Gäste einen schönen Abend haben und dann gehen und wiederkommen. Also nicht sagen, oh ja, es war schön, aber muss ich nicht wiederhaben, sondern es muss so sein, dass es ein Erlebnis ist für den Gast. Feses rechte Hand ist Dennis Leskowskis, Demi-Chef Durand. Die Eingespielte des Teams ist, dass so besser funktioniert auch der Service und wenn es dann ruhig bleibt und keine Hektik entsteht, weil die Hektik merken auch die Gäste und die Gäste sollen hier keine Hektik merken. Die Gäste sollen einen schönen, entspannten Abend haben oder Mittag und wenn wir dann sagen, wir kommen in Stress, funktioniert das nicht. Deswegen Teamarbeit, das ist wirklich das A und O auch. Malgor Scharte Elkehl arbeitet seit 19 Jahren im Europäischen Hof. Sie ist die erste Hausdame. Wir kontrollieren natürlich, das ist die Hauptbeschäftigung, sag ich jetzt so. Aber wenn fehlt uns Hand zum Putzen, natürlich packen wir auch selbst. Nehmen wir Putzeimer und gehen wir mitputzen. Ob Zimmermädchen auch auf der Liste ein bisschen mehr als normalerweise. Dann zwischendurch, wenn wir ein bisschen Zeit bei Checken, greifen wir auch zu. Zum Beispiel sehr vorteilhaft bei mir, ich war selbst drei Jahre Zimmermädchen. Ich weiß, was das bedeutet, was ist das für Arbeit. Ich glaube, dadurch verstehen wir auch so gut. Weil ich kann, glaube ich, besser abschätzen als so eine Hausdame, welche hat selbst noch nie gearbeitet als Zimmermädchen. Oder nur in Ausbildung, sag ich jetzt so. Weil drei Jahre als Zimmermädchen, das ist schon eine gute Erfahrung, sag ich jetzt. So. Jetzt muss es schnell gehen. Die Gäste kommen gleich an. Gäste am Fenster bitte auch. Für die Gäste aufmachen, wenn sie rein. Dabei kann ich auch selbst schauen, in welchem Zustand sind unsere Wäsche. Lea, bringst du bitte ein kleines Kissen. Es ist aber auch Nachteil für zu Hause Hausdame zu sein. Weil sie machen oder alles perfekt oder gar nicht. Dementsprechend. Manchmal sieht bei mir aus, wie Bekannte sagen, die im Museum. Und manchmal bitte ich zu Gott auch. Ich hoffe, es klingelt heute kalt. Deswegen ist es nicht so, dass man jeden Tag fleißig ist und schön räumt auch zu Hause. Bei uns in Polen ist ein Spruch, der Schuhmacher läuft ohne Schuhe, barfuß. Und so dementsprechend ist der auch. Die Housekeeping-Chefin Margo Schater leitet ein Team von fast 20 Mitarbeiterinnen. Erst wenn sie das okay gibt, dürfen die Gäste auf ihr Zimmer. Was ist praktisch bei solchen Fällen beispielsweise? Wir haben selbst geputzt, dann automatisch natürlich checken wir nicht nach uns. Weil wir tun automatisch auch kontrollieren, ob alles funktioniert. Sauberkeit haben wir in eigener Hand. Minibar haben wir gleich gecheckt. Dann muss die Minibar-Frau nicht wieder reinkommen. Wasser aufgefüllt. Das heißt, der Gast kann nach uns direkt schon reinkommen. Geht dann viel schneller. Lea, bist du fertig? Kann ich anrufen? Ich bin fertig. 1-3-3 ist fertig. Ich weiß, danke, ciao. Jörg Steinbach und Thomas Müller müssen sich beeilen. Die aufwändigen Renovierungsarbeiten sind nicht nur schmutzig, sondern vor allem laut. Lärm ist das Letzte, was ein Luxushotel braucht. Ja, Müller, hallo. Können wir keinen Krach mehr machen hier? Oder wie sieht's aus? Du weißt auch, dass es hier staubt? Ja, ich weiß. Nein? Nein, okay. Unser Empfangschef will schon wissen, wie weit wir sind. Er drückt wieder uns. Aber wir lassen uns ihn drücken. Wir machen es so, wie wir arbeiten können. Wir machen es so, wie wir arbeiten können. Die zwei Hände haben wir nicht. Herr Müller? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit? Nein. 3, 2, 4, muss man nach Latten raus schauen. Das stimmt doch nicht. Okay. Ja, vielleicht schon die Latten haben wir kaputt oder so. Ja, okay. Alles gut. Okay. Alles wieder okay. Das war deine Schur, Eva. So. Dankeschön. Bitteschön. Aber einen Überblick reinschreiben bitte. Ja, mach ich. Mach ich. So, jetzt gehen wir Mittagspause. Mittagsruhe im Europäischen Hof. Dann machen Schreiner Thomas und Kollege Jörg auch Pause in ihrer Werkstatt. Das hat meine Tochter mir gemacht. nicht? Salami mit Käse. Ei, liebt die dich. Ach ja? Mach mal lieber deinen Fernseher an. Mein Fenster. Meine Lieblingssendung. Ja. Ja, ich hab immer Mittagspause, ist immer so. Dann hab ich meinen Fuß hoch, dann hab ich mir so extra so einen kleinen Ständer gebaut. Dann kommt mein Handy da drauf. Und dann guck ich als Paar Ferraris. Das ist meine Lieblingssendung. Dann guck ich dir alles. Und dann gucken wir zusammen. Dann sagen wir, ah. Das ist auch richtig heißig. Ah, super, wunderbar. Ja, Müller. Ja. Ja, Müller. Ja. Ja. Ha, 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 ha. Am besten rufst du mal die Chefin an und fragst dich. Die Chefin? Ich fahre von Kretschmann anrufen. Frage. Ja. Ja, bitte. Ja. Tschüss. Ja. Ach, jemals. Jetzt gehen wir mal essen. Max Fese ist nicht nur Restaurantleiter, sondern auch der Sommelier des Hauses. Rund 350 verschiedene Weine stehen auf seiner Karte. Beinhändlerin Flörchinger kennt seinen Geschmack ganz genau. Aber der steigt ja auch sofort an den Gaumen, ne? Ja, der bleibt auch nicht lange. Der sticht sofort drin, das ist gut. Auch wenn die Nase schon einen Tacken weiter ist, am Gaumen ist der wahnsinnig frisch. Also der hat seinen Zenit noch nicht überschritten. Vor allen Dingen das ist der Gutswein, muss man dazu sagen, ne? Das ist der Wittmann Gutswein. Es ist einfach Sauvignon Blanc, wie er im Lehrbuch oder im Fachbuch steht. Das ist grün, grasig. Du hast die grüne Reflexe am Rand. Das ist schief, ne? Du hast direkt eine Säure am Gaumen, die dich direkt kitzelt. Du hast aber diese tolle Banane, Ananas auch. Das ist wirklich lecker. Es ist nicht einfach, das wissen wir alle, den Job zu machen. Es geht um viele Stunden und da ist es auch mal wirklich schön, mit einem Händler auch zusammen zu sitzen, mal was zu probieren. Und ich glaube, ohne Leidenschaft würde dieser Job nicht funktionieren. Und gerade die Leidenschaft von Wein ist bei mir ganz, ganz groß und sehr, sehr stark gewachsen. Du überlegst mir, wenn, dann nehme ich sie in zehn Kästen kommen. Guter Mann. Von Beginn an empfängt der Europäische Hof Gäste aus aller Welt. Das Grand Hotel in Heidelberg verfügt über 118 Zimmer und mehrere Suiten, zehn Tagungsräume und zwei Restaurants. Mittlerweile wird das Hotel in der vierten Generation geführt. Paroline von Kretschmann setzt die Tradition ihrer Eltern fort. Jeder hier in Heidelberg kennt den Europäischen Hof. Aber wirklich jeder. Jeder weiß, wo der ist und wo er steht und was er macht. Aber es gibt Menschen, die noch nie hier drin waren. Ganz viele. Und immer darüber diskutieren über dieses Hotel. So ein Hotel zu führen ist eine Lebensaufgabe. Seit 1906 ist der Europäische Hof im Besitz der Familie von Kretschmann. Im Jahr 1965 übernahmen Ernst Friedrich von Kretschmann und seine Frau Silvia das Haus. Die Tochter Caroline ist seit sechs Jahren Geschäftsführerin und mittlerweile mit großer Leidenschaft dabei. Ich muss Ihnen sagen, das kann Ihnen die Caroline bestätigen, dass es für sie und für uns nicht einfach war, weil wir ja auch wollten, dass sie glücklich wird. Das war der erste Grund von uns. Also es ist nicht, dass dieses Hotel überlebt. Das finde ich nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wichtig ist, dass die Caroline glücklich ist. Und da einfach, weil du gedacht hast, oh Gott, was würden wir denn jetzt auf mit dem Kasten gehen? Ja, ja, ja. Das ist ja schon eine harte unternehmerische Herausforderung. Also wir haben unser ganzes Leben lang wirklich wahr. Ja, also wir sehen es vielleicht nicht so aus, aber wir haben wirklich immer und immer und immer und immer gearbeitet. Und dann muss man sich ja vorstellen, haben wir ja auch noch zwei Kinder großgezogen. Und das ist, und da ist man, also jetzt spreche ich nur für mich. Für mich ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass meine Kinder glücklich sind. Denn sie haben wirklich in ihrer Jugend relativ viel vermisst. Sowohl den Vater wie die Mutter. Das glaubst du. Das empfinde ich so. Und sie haben alle beide eine tolle Ausbildung. Aber dieses Hotel ist eine unglaubliche Bürde. Also für mich. Eine große Freude und auch eine große Bürde. Es frisst einen natürlich auch. Ja, es ist ja eine riesen Bürde. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und wir sind natürlich, also ich spreche jetzt wirklich nur für mich, wir beide sind natürlich selig, dass es ihr Spaß macht. Natürlich. Alles gut bei Ihnen? Alles bestens. Dankeschön. Dankeschön. Nur Kompliment. Ja? Ja. Schön. Und hier wird ja alles selber. Wir machen ja alles selber. Die alte Schule. Die alte Schule. Und wir machen ja alles selber. Jeder Stuhl ist selber gepolstert. Jeder Vorhang ist selber gemacht von unseren Schneiderinnen. Jede Tischdecke ist genäht. Wir haben vorhin gesagt, das ist so ein Aufwand. Während Geschäftsführerin Carolin immer für die Gäste ansprechbar ist, wirbeln die Damen vom Housekeeping still und möglichst unauffällig hinter den Kulissen. Hescha, hallo. Könnt ihr 209 auf schmutzig stellen für ein Stundchen? 209 genau, das ist die Anreise heute. Ich tue die Liste jetzt, Checklisten vorbereiten für Mädels. Da kommen unsere, das sind heutige unsere Ankünfte. Da werden die angemarkert. Wir haben drei verschiedene VIP-Statusse auch. VIP 1, 2, 3. Bei 3 werde ich noch zusätzlich ansprechen, Leute. Das ist VIP 3. Das, ja. Man ist entsprechend auch eingestellt. Guckt besonders gut, sag ich. Man sollte überall immer gut gucken, aber da versucht man noch mehr Augen aufzumachen. Das passiert doppelt gar nichts. Alle VIP-Status bekommen Blumen noch zusätzlich auf den Tisch. Im Badezimmer bekommen die alle. VIP 2 hat auch öfter mal Bettwäsche wechseln. Und VIP 3 zum Beispiel hat jeden Tag immer alles frisch. Im Penthouse leer bist du da? Ja. Penthouse bitte Obst kontrollieren. Ob soll man neu bestellen? Ja, mach ich. Alle arbeiten hier Hand in Hand. Super. Ja. Perfekt. Super. Herr Elke, gehen wir zu vor? Ja. Äh, in Asenburg. Bis bald. Tschüss. Und ein Anruf durch mein Chef. Elke? Hallo. Ja. Das war jetzt mein Chef. Das geht vor. Bei dem Knatsch der Tür, da gehe ich jetzt gleich hin und öhe die. Aber ein großes Haus, 9000 Quadratmeter Grundfläche, 90.000 Quadratmeter umbauter Raum. Da kommt schon einiges zusammen. Bis man weiß, wo ist, Seidenflügel, Altbau. Aber irgendwann einmal weißt du genau, wo du hin musst. Schössisch. So, jetzt mal links. Zwei, drei, eins. Zwei, drei, eins. Hier steht zum Beispiel einer. Hier steht Hallo. 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 Es gibt die Regel bei uns, nie mit leeren Händen laufen. Das müsste sonst eigentlich der Service nehmen. Aber wenn man was sieht, nimmt man es einfach mit. Ja, die Größe hat mir Gott mitgegeben. Hier, Türen. Ja, das war eine Türe. Okay. Das macht nichts. Dann habe ich jetzt mal dieses Öl, die sich da hochschafft an. Bei unseren Stammgästen natürlich machen wir uns Notizen, ob Gast nutzt Nackenkissen, ob Gast braucht Bügeleisen, Bügelbrett. Versuchen wir dann, dass der Gast das schon alles auf dem Zimmer bevor hat. Checkt er ein. Täglich stimmen sich die Chefs aller Abteilungen ab. Am Freitag kommt ja die Königin Silvia, Stand der Größen der Presse. Wenn die vorne einkommt bei Ihnen, dass sie kurz uns rufen. Wie sind wir schon ungefähr der Zeit? Ungefähr zwischen acht und neun. Ah, neun Uhr, okay. Machen wir. Weil da ist der Wunsch, da steht der Wunsch auch von einer persönlichen Begrüßung. Wir wollen machen. Ja. Heute sind die VIP-Gäste vom Penthouse abgereist, sind auch sehr zufrieden im Service. Vielen Dank an alle anderen Kollegen. Wie war die Tag? Drei Wochen. Drei Wochen? Wir haben am Wochenende eine Delegation auf Anreise. Wir haben auch Sonderwünsche bekommen. Das ist eine lange Liste. Ihnen spricht mehr für den Hausgibchen und auch Küche. Sonderwünsche fürs Essen. Da würde ich auch dem Kollegen nicht leiten in den E-Mail weiter. Das ist eine große Familie aus dem Mittelsten. Kennen wir dich schon? Ähm, nein. Das sind neue Gäste. Gut. Sonst noch was? Nein. Super. Danke. Das wichtigste Meeting des Tages ist beendet. Für Schreiner Thomas Müller ist nach acht Stunden Arbeit Schluss. Für heute ruht sein Werkzeugkoffer. Wie jeden Tag schmiert ihm seine Tochter Marie nicht nur Butterbrote für die Mittagspause, sondern holt ihn auch noch ab, denn sie arbeitet in der Nähe. Tschüss. Tschüss. Die einen gehen, die anderen sorgen für den letzten Feinschliff. Einmal in der Woche gibt es frische Blumen. Dafür kommen im Jahr 50.000 Euro zusammen. Gut. Also dann machst du das einfach so, sag die nächste Woche wieder das Gleiche, gell? Wunderbar. Die werden von Seniorchefin Silvia von Kretschmann gemeinsam mit ihrem Hausdamenteam gerichtet. Seit fast 20 Jahren arbeitet Margot Schater Seite an Seite mit Silvia von Kretschmann. Natürlich. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass mich tut, aber ich nicht irgendwas weh. Es sind solche Tage und es sind solche. Eigentlich kannte ich nur Frau von Kretschmann. Ich glaube, sie hat mir mehr beigetragen, sie hat mehr Einfluss auf mein Leben gehabt als meine eigene Mutter. Weil in dem Alter, so 18, 19, man hört nicht so auf Eltern. Man hat einen eigenen Erwachsenenkopf. Und ich bin hier schon gekommen, wo wollte ich schon auf meine eigenen Beine stehen. Und das hat mir alles so vorbeigebracht. Das war wirklich Erfahrung wert. Ich bin auch stolz da drauf, ehrlich gesagt. Die hat auch schon grauenvolle Sachen mit mir erlebt. Das ist so, dass ich hatte nicht auf den Deckel mal bekommen. Und krieg ich bestimmt auch irgendwann wieder mal. Aber trotzdem. Trotz allem, es ist wirklich wunderschön. Aber wir sind wirklich ein Superkind. Gell, Frau Häkler? Der Beste, nicht das Superkind? Ja. Das Beste, ja. Auf der Terrasse ist das Barbecue angerichtet. Durch 42 gucken wir mal später, ob wir den freilassen sollten oder ob wir den auch für drei machen. Im Keller trifft Sommelier Fese die letzten Vorbereitungen für den Abend. Es sind ein paar Weine gekommen heute. Der Kollege hat gesagt, er hat sie verräumt. Ich will einfach gucken, wo sie liegen, weil sie noch nicht offiziell auf der Karte sind. Dass ich sie aber finde, falls ich sie heute Abend verkaufen möchte. Max Fese hat sich seine Weinkenntnisse selbst angeeignet. Also wir bieten an von 27 Euro vom ganz einfachen Riesling bis zum Premier Cru aus dem Bordeaux für 1200 Euro. Wie entwickelt man so eine Leidenschaft? Viel trinken. Leidenschaft für Wein entsteht durch das Trinken selbst. Also durch den Genuss. Wein trinkt man, nicht Wein genießt man. Die verschiedenen Aromen, alles was ein Wein bietet, was ein Wein mitbringt. Das kennen zu lernen, zu erkennen, was ist ein Riesling, was ist ein Sauvignon Blanc, was ist ein Spätburgunder. Das ist einfach, ja auch so ein bisschen Nerd sein. Das ist einfach toll und das macht Spaß. Silvia von Kretschmann genießt am Feierabend Bücher und Fernsehserien. Bis morgen, bis morgen. Nach zehn Stunden auf den Beinen steigt die 79-Jährige nun auf ihren GTI um. Das ist jetzt Feierabend heute. Ich habe jetzt einen Termin. Ja, das ist Feierabend. Aber können Sie da loslassen? Aber ja, kann ich toll. Ich lasse dann toll los. Ich amüsier mich dann. Da bist du ja auch müde, wenn du seit halb sechs morgens da bist. Und nur, soll ich Ihnen sagen, wie viele Kilometer ich heute schon gelaufen bin? Das sage ich Ihnen. 6,2. Hier ist jeden Tag das Gleiche. Und nur im Hotel. Auf Wiederschauen. Tschüss, ihr Lieben. Während die einen sich ausruhen, beginnt für das Serviceteam im Europäischen Hof erst so richtig die Arbeit. Sie bleiben, bis der letzte Gast gegangen ist. Manchmal bis spät in die Nacht. Dann kommt einfach ein tolles Lack mal raus. Sie sehen, die Farbe geht schon so leicht. Es ist wieder eine Reflektion an der Seite. Dann viel Vergnügen mit dem Wein. Dankeschön. Die Mitarbeiter sind stolz auf Tradition im Service. Da habe ich einmal die Sehzunge versehen. Schön. Ich meditieren die jetzt am Tisch. Und meine Kollegin kommt gleich ein bisschen weiter. Ja, also man sieht es nicht mehr so oft. Es ist halt alte Schule, sagen wir es mal so. Aber dadurch, dass wir hier ein Traditionshaus sind seit 1865, kriegen wir das halt noch mit. Und es wird uns auch noch beigebracht in der Ausbildung. Und wir fragen aber auch immer, ob es den Gästen recht ist, dass der Azubi das dann macht. Und dann stellen wir uns natürlich neben dran und gucken, ob das alles wirklich glatt läuft. Und dass die Qualität dann auch stimmt und keine Geräte mit drin sind. Aber es muss halt von Generation zu Generation immer weitergegeben werden. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass wir es noch machen konnten hier. Wer in der Gastronomie arbeitet, muss eben auf vieles verzichten. Es ist einfach so, dass ich eine Leidenschaft dafür brauche. Ich muss davon ausgehen, dass ich Weihnachten, Silvester nicht bei der Familie verbringe, nicht mit Freunden verbringe, sondern mit Kollegen, die zu Freunden und zu einer zweiten Familie werden. Es ist ja, jetzt ist jedes Mal dabei etwas zu machen. Es ist mir noch einiges, wenn man auf jeden Fall ist. Und das ist einfach so, dass wir es noch nicht so genau finden sind. Wir halten die Gäste vorgleichen. Ich bin ja auch, dass wir die Gäste noch nicht abläuft. Ich bin ja auch immer noch nicht so, dass wir uns�� defendant. Wir machen so, dass wir uns jetzt noch einmal am Anfang durchgefährten. Aber wir haben wir auch noch nicht so, dass wir uns zu tun haben. Wir haben uns zu Freunden und dazu.